Hallöchen Leute, willkommen zum dritten Part meines Let's Plays, Street Fighter 5. Ich bin Davy und ich begrüße euch ganz herzlich im Story Modus. Entscheidung unumwürden, Gemi, lass uns loslegen. Einer der besten Charaktere, die ich eigentlich empfinde, in dem Spiel, weil ich weiß nicht, ich finde sie einfach so genial. Ich weiß nicht, ich liebe sie und ich hoffe, dass die Combo so sind, wie sie sind. Ich liebe deine lachen Gesicht. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich! So viele Leute, die ich in der Vergangenheit hörte. Eine Person wie ich, wahrscheinlich nicht das Recht, um ein Schutz von anderen zu sein. Aber ich glaube, Shadaloo ist auf der Weg. Ja, sofort. Aber ich muss, ich muss versuchen. Idiot. Warum bin ich immer nur klein. Hä? Ich habe dich nicht gesehen, wie schon. Natürlich wirst du die kleine Gemi kennen. Wenn du nicht deinen Bein aus meiner Weg stehst, ich werde es wegziehen. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, Cammy wurde früher beim Film, falls jemand Street Fighter The Movie kennt, aus den 90ern Jahren, wo John Claude verdammt geil gespielt hat, wurde Cammy damals von Kali Minogue gespielt. Wenn man sich das so überlegt, das ist schon lustig. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Kombos stimmen noch. Nein, irgendwie wollen die Kombos nicht. Außer die Superding ist immer noch das gleiche. Das ist von Street Fighter 4. Ja, da ist es. Ja, endlich. Ja, das ist immer noch das Standardding. Richtig cool. Falls man sich nicht wundert, warum ich mich für die PC-Version dieses Spiel entschieden habe, man kann es kostenlos online spielen. Ich erinnere mich jetzt. Ein Dörr. Du warst derjenige in der Maske. Aber du. Ich dachte, du warst hier in der Re-Kalibration. Re-Kalibration? Was denn? Sie sind schon hier? Hey, stopp! Schau da, oder Basisdach? Du hast nur das worstste Fehler in deinem Leben gemacht. Du bist der... ...Defektor? Hmph! Ein verbrückter Dörr, der definiert Bison's Wille... ...verteilt nicht, dass es leben soll. Okay, kommen wir zum nächsten Battle. Ein neuer Charakter, den ich überhaupt nicht kenne, ganz ehrlich. Dann schauen wir mal. Alles super. So, aber jetzt... Wow, wow, das ging dick in die Hose. Warum sind wir so? Yes, das funktioniert noch so, wie es sein soll. Sehr schön. So, mal schauen. Okay, da gibt es Double Knees. So, da ist es. Sehr schön. Spider Arrow, ich liebe es. Zack. Ja, mit... Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Das ging dick in die Hose. Und jetzt kommt, ich will einen German Suplex machen. Sie hat immer so einen wunderschönen German Suplex gemacht. Sehr gut. So, und jetzt... Yes. Wow, ein wunderschöner Hurricane Runner. Und noch ein wunderschöner Hurricane Runner. Das läuft doch wirklich schmiert. Wunderschöner, okay. Wo sind alle die Hose? Ja, ich... Das ist mehr als Hilarious. James, wenn du versuchen, zu interferieren, ich zeige dir keine Freude. London, kommen wir sogar schon zum letzten Battle. Juni? Oh, Vega. Jetzt geht's rund. So, dann legen wir mal los. Oh, komm. Und jetzt? So. Wow. Ah, das ging doch so, wie ich es wollte. Yes. Ah, verdammt. Das, was ging jetzt ab? Sehr schön. Sehr gut. Und jetzt machen wir einen wunderschönen Hurricane Rana. Und jetzt, komm. Ui, 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 ui. Eins will ich aber trotzdem jetzt wissen beim letzten Battle, was haben wir? Cannon Spike haben wir schon gemacht. Spiral Rao habe ich. Cannon Spike im Vorwärtssprung. Hooligan Kombination. Okay, das ging doch in die Hose. Ich glaube nicht, dass du nachher kommst. The danger of the path you've chosen. What? Du wirst lernen, wenn die Zeit kommt. Hast du getötet? Ich bin gut. Danke, ich bin so glücklich. Hat Shadalou... gone on die attack? Operation Chains, die er erwähnt hat. Es scheint zu sein. Ich bin froh, dass du wieder in Gefahr bist. Ich bin froh und warte hier. Kami... Ich werde den Planen von Shadalou und sie retten. Ich versuche, dass ich sie sicher zu retten. Alle. Vertraue mir. Aber ich frage mich, ob sie eigentlich nicht wollen. Keine Wahl. Ich muss mich mit meinem Weg zu retten. Ich muss euch alle retten. Keine Rückkehr. Ich bin froh, ob ich glücklich bin oder nicht bin. Es ist schwer zu wissen. Aber jetzt, das Zeit, die ich mit dir spenden, hilft, mich zu lernen, wie ich diese neue Leben erlebe. Bitte, keine Angst. Ich bin froh, dass du mich schaffst. Und ich weiß, dass du sie auch schaffst. Juni. Danke. Danke. Das ist etwas, was ich sagen sollte. Bitte zurück. Ich versuche. Es sieht aus, dass Dinge interessiert werden. Schön, dich kennenzulernen. Ja. Das ist die nächste Errungenschaft. Hallo, die Waldfee. Ja. Ich muss sagen, dieser Story-Modus, oder sag mal diese Story, ging ein bisschen länger als die anderen bis jetzt. So, machen wir weiter mit Nash, der Mann, der alles verlor. Das wird etwas kürzer. Ja. Es gibt ein Scenario, das alle Poker-Player fallen in, zumindest einmal. Sie nennen es Tilt. Tilt, einfach gesagt, ist, wenn ein Spieler verliert seine Objektivität zu einem Mosh, dann verliert das Spiel. Ein Manns-Must-Crushing-Loss ist immer für ihn selbst. Du hast die Bewusstsein regiert. Es ist ein Miracle. Du hast alle Böden broken. Es gibt überall überall. Ansonsten, wir glaubten, dass du schon tot war. Du wißt du, was mit dir passiert? Ich wüsste. Ich wüsste. Auch ich verloren habe den Gain once. Und die Preis war meine sehr Leben. Du hast nicht geschlossen, Charlie. Der Kommandert. Also, er schickt dich, um mich zu verhören? Ich weiß, ob es das Brass in meinem Weg ist, oder nur du. Ich werde mich verhören, Schatilut und Bison. Was hat dich passiert, Charlie? Wo ist die calm und coolen Wunschung? Wenn du das alleine gehst, dann nicht zurückkommen. Bitte, Charlie, zumindest, ich helfe mir. Nein, du hast eine Familie zu gehen. Ich werde sie alleine stopen. Ich muss das. Charlie? Russland. Wunderbar. Dann geht's jetzt mit Bison weiter. Oh! 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 Wow! Wow! Okay. Der bewegt sich ganz komisch, muss ich sagen. Ah! Okay. Ja, ja. So. Kann er eigentlich das gleiche wie geil, so wie es aussieht. Jetzt muss ich gucken. So, Sonic Boom. Okay. Er kann das gleiche wie geil, aber dafür muss eins aufgeladen sein. Sonic Stinch. Okay. Moonsault Slash, okay. und Tradergear Assault. Alles klar. Wie macht man das Critical? Hinten, hinten. Alles klar. Hinten, hinten. Punts, mal komm. Jetzt haben wir es. Ich habe ihn. What the fuck was ist? Krasser Scheiße. Guck mal. So, da ist Sonic Boom gewesen. Jetzt gucken wir mal, ob alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Komm. Okay, das war der eine Kick, was eigentlich really nice war, muss man sagen. Ja, erzähl mir alles, was du weißt. Was ist die Verbindung zwischen dir und unserer Militärie Top-Brass? Weißen, wie der eklig aussieht. Mach! Hatten sie wirklich mich betrachten? Können sie... Können sie... Es war nicht nur die High-Ranking-Officers. Comrades worked against you as well, under the orders of Bison. Und jetzt? You are considered missing in actions. In fact, everybody thinks you were killed that day. And the world moved on. This must be so hard for you. My condolences. And now, it looks as if Bison is in another bid for world conquest. Du weißt, wo Bison ist? Nein, ich bin sorry, ich weiß noch nicht, wo er ist. Aber ich habe andere Informationen. Wenn du mir helfen, dann gebe ich dir alle Informationen, die ich habe. Würdest du interessiert? Hm, eventuell. Keine Angst, einfach ein paar Gedanken. Für jetzt, warum geht's nicht raus für ein paar Tage und sehen die Welt? Du kannst sehen, was du hast, und du kannst einen guten Zeit. Einen Tag später in EDN, wenn du als Sim kommst, bestimmt. Du musst ein Mitglied von Chattinlou sein. Jetzt, wo ist Bison? Lass mich gehen! Ich bin in eine Runde! Wow, das ist nicht etwas, was du jeden Tag sehe. Geh! Oh, schrecklich! Du Punk! Das Psycho-Power! Das Psycho-Power! Assaulting a Miner is illegal, you know. You better watch out. Das Power is... Das ist nicht wichtig. Ich werde mich mehr über dich über dich selbst. Du solltest nicht sein? Als du blieblich bist, hier ist ein freer Tipp. Das ist ein freer Tipp. Die Füße, die Füße, nicht mehr über dich oder schreien Menschen. Ich würde mich nicht viel beten, dass dein Füß zu lange dauert. Also, ich würde mich nicht verraten, wenn ich hier bin, wenn ich dich wäre. Warte einen Moment, du kleine Brat! Jetzt habe ich den verdammten Balrog! Ein anderer aus Shadaloo? Ah, nee! Ach, jetzt mache ich nur das Sonic Boom! So, aber jetzt machen wir den Critical Hit! Komm, verdammt! Kriege ich es noch hin? Scheiße, egal! Eigentlich wollte ich es noch einmal hinbekommen! Schade drum! Eine Dekage später! Hast du deine Meinung gemacht? Ich glaube so. Wunderbar. Dann... Warum nicht wir beginnen? Ein Manns größte Verlust ist immer für ihn selbst. Aber es ist auch nur er, der sich über ihn selbst beurteilen kann. Ich werde nicht wieder verlieren. Ich habe meine Welt, meine Freunde, alles. Aber ich werde mich nicht verlieren. Ich werde mich nicht verlieren. Aber ich werde mich nicht verlieren. Ich werde Bison töten. Was für die PS4-Version? Eine Sache. Natürlich, auf der PC-Version läuft es auf jeden Fall viel, viel flüssiger. Und der Online-Modus kostet nichts. Deswegen spiele ich es auf der PS4. Und ganz ehrlich, mit dem Xbox One-Controller, also mit einem Controller, kannst man es auf dem PC auch zocken. Klar ist da, wenn man mit einem Kumpel zocken will, die PS4 die bessere Variante. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich sag mal, ich habe mich dafür entschieden. Außerdem habe ich nur für das Spiel 30 Euro hingelegt für den PC. Für die PS4-Version würde man ein bisschen mehr hinlegen. Trotzdem, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.